hallo heute werdet ihr sehen wie ihr monate in power bi richtig sortieren könnt ich öffne power bi habe ein beispiel vorbereitet wir nehmen eine einfache sollen grafik und verwenden als measure den sales amount und geben als zeitdimension englisch mann wie ihr nun sehen könnt sortierte grafik die monate falsch es beginnt mit dezember und folgt mit november und dann juni es gibt zwar die möglichkeit in der grafik absteigen oder aufsteigen zu sortieren jedoch hat das keine auswirkungen beziehungsweise sortierte grafik ausschließlich über den textwert wie dezember november und nicht über die tatsächlichen monatswerte auch wenn ich in der grafik nach dem englisch month name sortiere ist es wiederum falsch nun bittet power bi eine möglichkeit an wie ihr nun die grafik korrekt nach monaten sortieren könnt dazu gehe ich in den datenbereich suche mir in der dimension wo diese monatswert vorkommt diese monatswert spalte in meinem fall englisch month name dann habe hier die möglichkeit nachdem ich diese selektiert habe wähle ich nach spalte sortieren und suche mir nun mann number auf 4 nun werden die monate textwerte zum tatsächlichen monatswert sortiert gehen wir zurück in unsere grafik aktualisieren diese beziehungsweise kann ich auch neu erstellen wähle month name und ein mescher und erhalte nun die korrekte reihenfolge der monate beginnend mit jener januar februar märz april und so weiter falls ihr noch fragen habt hinterlasst mir einen kommentar ich freue mich ein like oder eine subscription und wir sehen uns wieder bald tschüss